Vor wenigen Wochen bereits war bekannt geworden, dass sich der Inhaber des Schlosshotels Bühlerhöhe von seinem Pächter und Betreiber NH Hoteles aus Spanien trennen will. Jetzt wurde am Freitagvormittag bekannt, dass Dietmar Hopp die Bühlerhöhe an eine Gruppe weniger Investoren verkaufen wird. Die Investoren sind alle seit mehreren Jahrzehnten Gäste. Und sie haben die Hochzeit miterlebt unter Max Grundig. Sie haben dann erlebt, wie das Hotel weiterverkauft wurde. Und sie kamen schon vor Jahren auf mich zu und sagten mir, Herr Ernst, die Geschichte Hopp entwickelt sich nicht zum Vorteil der Bühlerhöhe. Bitte prüfen Sie doch mal, ob ein Kauf oder Verkauf möglich ist. Wir wären bereit, größere Summen zu investieren, wenn die Bühlerhöhe wieder dorthin zurückkommen kann, wo sie herkommt. Dazu sollen inklusive Modernisierungsinvestitionen bis zu 100 Millionen Euro gezahlt werden. Die Mitglieder der Käufergruppe möchten anonym bleiben. Ihnen kommt es allein auf den Erhalt des traditionsreichen Luxushotels an. Die verstehen sich mehr als Mäzene. Die Familie Hopp ist zwar auch Mäzen, aber nicht unbedingt im Bereich der Luxushotellerie. Und da meinen wir, dass dieses Hotel dort gut aufgehoben ist bei den neuen Erwerbern. In den vergangenen Jahren kam es häufiger zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Hotelinhaber und den spanischen Betreibern. Die Familie Hopp hatte den Eindruck gewonnen, dass nur das Allernotwendigste gemacht wird, aber das Hotel damit seine Zukunftsfähigkeit verliert. Und dieser, kann man sagen, dauerhafte Zankapfel hat schon ein bisschen zerwirbt. Und so war man froh, eben jetzt in der Situation eine einvernehmliche Lösung zu finden, mit der, denke ich, beide Seiten zufrieden sein können. Der Investorenvertreter hält das in der Branche übliche Modell der Trennung von Eigentümer und Betreiber bei Spitzenklassehotels wie der Bühlerhöhe für nicht angebracht. Es ist sicherlich sehr oft ein Geburtsfehler, wenn bei Spitzenhotels ein Pachtvertrag da ist und diese Spitzenhotels zwingen zu hohen jährlichen Pachtzahlungen. Aus diesem Grunde ist die erste Weichenstellung hier, dass wir das Hotel selbst betreiben. Nehmen Sie zum Beispiel das Branders Park Hotel. Dort ist es ähnlich. Das Hotel soll nicht befrachtet werden mit hohen jährlichen Zahlungen, um damit dem Hotel das Blut und die Kraft zu entziehen, die es benötigt, um auf dem jeweiligen Zeitgast zu bleiben. Die Familie Hopp bedauert den Verkauf ihres Hotels überhaupt nicht, denn nicht Hoteliers Ambitionen, vielmehr Renditeaussichten einer hochwertigen Immobilie, standen seinerzeit bei der Kaufentscheidung im Vordergrund. Insofern muss man einfach sagen, vernünftige kaufmännische Erwägungen gaben zu guter Letzt den Ausschlag. Den Hotelmitarbeitern wurde inzwischen gekündigt. Im September wird die Bühlerhöhe für die Umwandlung einen Monat geschlossen bleiben. Ab Oktober will die Investorengruppe aus Baden-Baden dem Luxushotel dann wieder zu neuem alten Glanz verhelfen.